Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Starbound, bei den freundlichen Big Macs von nebenan, die heute auf Käferjagd sind. Wir haben eine kleine Quest, wir sollen Käfer fangen und deswegen sind wir zurückgeflogen. Dafür müssen wir auch noch an einen anderen Planet. Bin ich da, ich dachte ich bin da schon hingepflogen. Nein, du bist nicht geflogen. Bin ich noch nicht geflogen? Dann mache ich das jetzt ganz schnell. Okay, dann auf die Plätze, fertig und go! Eine Katze schläft auf dem Teleport. Und nicht, dass sie dann plötzlich ins All geportet wird? So, mach mal Türen zu, dann hat sie ihre Ruhe. Ja, mache ich auch mal zu. So, Ruhe. Ja, Spielverderber auch. So, wo sind wir hier? Welchen Planeten sind wir hier? Wir haben einen Waldplaneten genommen. Oh. Und ich bin gespannt, was... Ja, sieht schon ein bisschen so aus. Und ich würde sagen, schauen wir mal runter, oder? Ätsch, ich bin besser. Na, ich bin nur ein paar Millisekunden hinter der. So, auf nach unten. Okay, der Regen ist schon mal nicht giftig. Das ist schon mal schön. Wollen, wir sehen uns cool aus, ne? Mhm. Autsch. So, da war noch ein bisschen... Ich nehme lieber die Schusswaffe. Du weißt doch noch nicht mal, ob die freundlich sind, oder ob die böse sind. Der Schwarz hat mich so komisch angeschaut. Ja, der ist wieder auch wieder böse. Der ist böse. Aua! Aber den, den willst du gleich knuddeln. Das ist so klar. So, da gibt es noch ein bisschen neues Fiber. Da kommt ein Vogel von oben. Kommt ein Vogel gefallen, das setzt sich nieder. Hörst du voraus? Das ist ne gute Idee. Dass wir hier einfach so ne Treppe machen. So. Ich hab keine Ahnung. Oh! Äh, Waffen weg. Wir schauen erstmal, ob sie freundlich sind. Du Schischen an! Bist du mein Schicke? Geh du ruhig hin! Der macht mir nichts. Pfff! Du fängst so auch runter. So. Und wieder so ein Planet. Ist doch langweilig. Oh, oh! Oh, die sieht ja mal schön aus. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Schon wieder so ein Planet. Ui! Wie sieht es jetzt aus? Ja, guck mal, so grün. Okay, hier noch ein bisschen. Ich nehm die Laternen mit. Ich interessiere mich eigentlich größtenteils nur für die Kohle. So, gehen wir mal weiter. Ah, toll. Hier ist wieder so ein Aufgang. Danke. Kein Problem. Da gibt's wieder ein bisschen Zucker. Ich trau' dir nicht über den Weg, das weißt du? Hab ich's denn hier in der Hand? Ne Kiste. Äh. Aus mit dir. Probier's doch mal so. Ja, das wär' für dich. Was? Kannst du benutzen. Was? Das, was in der Kiste drin ist? Ja, ja. Scheiße. Nepp frei. Aber das klappt ja super, hä? Ja, lass doch die Tür auf, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, wenn wir gleichzeitig an der Tür rumarbeiten. Da, wieder dein Freund. Da geht's mir auch grad ran. Oh, da unten gibt's Kohle. Jetzt sollst du mal ein Händler. Ja, klar. Verkauf noch teurere Sachen. Mal gucken, ob ich überhaupt hier... Natürlich hab' ich... ...nur Kisten hier. Nichts an... ...gan's anhandeln. Ne, ich bestell' ihn einfach direkt. So, aber wir haben immer noch kein... Aua. Wir haben immer noch keinen Käfer gefunden, oder? Also vorher auf unserem alten Fels sind sie immer laufend rumgespürrt. Ja, ja. Aber hier sind noch Kohle, die nehm' ich gleich noch mit. Ach, wo raus? Oh, hei zu sonnen. Dum dum. Das wird schon wieder Nacht. Oh, dann können wir hoffen, dass sich vielleicht ein paar Käfer... Was willst du, ein paar Blühwürmchen? Ja. Zum Beispiel. Oh. Also, ich bin gespannt, ob das geht. Ich hab' keine Ahnung. Irgendwie so'n Chest-Brauch-Ding. So, ich hab' euch jetzt hier mal zuerst mal befreit. Lol, hier ist ein Käfer. Hier sind viele Käfer. Echt? Wo? Moment, ich hab' ich hab' Guck mal hier unten. Wo? Hier unten ist ein Käfer, ein grüner. Oh, stimmt. Okay, dann probieren wir's. Hast du einen? Hast du einen? Hä? Ich hab' noch nichts bekommen. Doch, ich hab' Green-Tea-Bug. Green-Tea-Bug. Und was brauchen wir für einen? Ein Bug. Keine Ahnung. Iron-Crafting-Tape. Oh, schauen wir einfach weiter, ob wir noch für dich was finden? Ja, warte, du kurz. Eichhörnchen, äh, Eichhörnchen, mein. Autsch. Aua. Ah! Oh, der Vogel greift den Mensch an. Oh, Entschuldigung. Und mir sofort schreit, Garz, help me. Und du bringst ihn halt um. So, also, bauen wir mal hier mitten nach oben. Ach, da sind die Vogel da. Oh. Oh, der hat eine schöne Schraubflinte, ne? Na ja, auf den sollten wir eher aufpassen. Oh. Hast du jetzt dem seinen Stand abgebaut? Der will hier Handel treiben. Und seine komischen... Oh, da gibt's einen Blueprint zum Kaufen. Oh, Gott. Spinnst du? Wie schießt du auf den? Ich hab nichts gemacht. Oh Gott. Wie er halt, wie er sich wieder laufend Freunde macht. Überall. So, wir haben ihn Gott sei Dank noch gekriegt. Aber ich glaub, der... Alligator-Shooter habe ich bekommen. Was ist denn das? Ein... Oh, ein Zweihänder-Hammer mit 552 DPS. Und jetzt kommen halt die ganzen Vögel und greifen da oben halt die Händler an. Nicht Spaß? Ja. Weil die Garzen nicht mehr da sind. What have you done? Ich hab gar nichts dann. Aua. Da ist schon der Nächste, der hier Freundschaft will. Oh. Ich hab was gesehen. Ein Einhänder und ein... Schild. Lol, das geht. Vorsicht hier, ne? Ich hab Tomaten. Ah. Sehr schön. Dann schau mal, ob du irgendwo was fangen kannst. Dann mal. Ich will zurück zum Außenposten. Wieso? Um die Quests abzugeben. Ja, genau. Ja, erst wenn du deinen Käfer hast. Also erst wenn du einen Käfer finden. Oh oh. Köstig. Wenn du oh oh sagst, dann krieg ich immer noch Angst. Autsch. So, jetzt wieder so schlau. Du machst es schlauer, ne? Ja, nachdem ich sehen hab, wie du versagst. Den hab ich eingeschlossen. Ja, genauso wie uns. Er springt tatsächlich rum. Und zack. Ach, wie intelligent du halt immer deine Berge baust hier. So. Geht doch. So, hier einmal nach oben. Da ist ein Käfer. Hier unten. Jetzt müsst ihr schon einkommen. In Tripback. Okay, dann können wir zurück auf das Chip. Nö, ich geh noch nicht zurück. Ich lauf hier zuerst mal durch. Okay, weißt du noch, wo unser Anfang war? Irgendwo. Lauf einfach nach rechts. Wir sind ja nicht links gelaufen. Okay. Wir treffen uns dann da, wo, ja, wo die Mitte ist. Scheiße. Guten Rund. Ja, übrigens. Dankeschön. Oh, 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 oh. Kommt, da hat plötzlich einer aufgesprungen. Kommt, da hat plötzlich einer aufgesprungen. Toll, ich habe jetzt eine Spezialfähigkeit bekommen, gerade dass ich im Dunkeln leuchte. Haha, das habe ich auch schon bekommen. So. Aber weißt du was? Es wird dieser Tag. Oh, Gott sei Dank. Oh, oh. Da ist auch noch so eine Riege. Oh, 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 das ist große. Ich komme, ich befreie dich. Ich helfe dir nicht. Ich loote. Hier bewacht sogar eine Kiste da in der Mitte. Oh, hier ist ein, hier ist wieder ein Pilzdorf. Ja, ich habe fast in den grünen Hosen dazu. Oh, scheiße. Jetzt bin ich gerade so weit runtergefallen in dem Pilzdorf, dass ich gestorben bin. Oh, oh, das ist fies. Oh. Was, wolle er Lose kaufen? Nein, ich will nur noch mal. Der hier, der will mir Lose andrehen. Die Lose, was Lose? Der will mir Lose andrehen hier. Lose kaufen. Toll. Es portet sich direkt zu mir. Wie hast du dich gerade zu mir geportet? Hm, geht auf den Schiff. Zu mir. Mhm. Äh, ich bin mal wieder so schlau. Äh, ich gehe, du gehst gerne in die falsche Richtung, ne? Nee, ich habe da noch ein bisschen Kohle gefunden. Oh. Nien, nien, nien. Gut, lass mich hier nur. So, er hasst ja, Nuri. Wollte ihn ja nicht angreifen. Ja, ja, ja. Oh. Wie du es halt, wie du es halt dir mit jeder Spezies auch irgendwie verdirbst. So Diplomatie für Anfänger. Genau, und das war, glaube ich, die Stelle, wo ich gerade eben gestorben bin. Das ist ein verdammt tiefer Sprung. Ja. Hat auch verdammt weh getan. Was machst du da unten? Da war noch ein bisschen Kohle. Ach so. Ah, danke schön. So, ich glaube, das siehst du gleich, wenn... Oh, guck mal, was es da gibt. Kohle. Ich glaube, inzwischen haben wir eh genug, oder? Ja, wir werden dann durch die Sandplanete, wenn wir... Oh Gott. Was für ein Leck. Das war Gift. Nee, das war Speed. Nee, das war Speed. Oh, guck mal, ich bin ganz grün. Oh, hier ist ne... Ah, da. Was vergesst du? Oh, 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 oh. Was, was kann das? Äh, testen sie mal aus, am besten. Macht 112 Schaden, also das ist bisschen sogar als meine. Ja, probierst du mal auf. Aber hat keine Spezialfähigkeit. Mach doch einfach mal den Schlag. Ja, ja, ich guck grad mal. Oh, ja, ja. Ja, aber solche mag ich eigentlich überhaupt nicht. Das ist ne Stoßwaffe. Ja. Komm. Oh, eine. Hm, auch okay. Noch eine. Das ist wieder leuchten. Oh, da ist noch ne Kiste. Was ist drin gewesen? Äh, Feather Crown, Coffee Seed, Pixel, Iron Ore, nix besonderes. Nix besonderes, also. So, aber war offensichtlich noch nicht die Stelle, wo ich vorher gestorben bin. Werd ich sehr keine von meinen Überresten, so, Brücken bauen und so. Und da ist halt ein riesen Kohle vorkommen, direkt unter der Erde. Hier auch nochmal. Oh, das ist schlecht. Siehst du? Ja, das ist schlecht. Oh. Oh, lol. Ich wollte dir da aufschießen und du. So, komm her. Rage. Was macht... Autsch. Rage. Was macht Rage nochmal? Bei Algon. So, da ist das nächste Pilz drauf. Autsch. Ich guck mal, was der hat, hier so. Ähm, Alarmklinge und irgendwas. Was ist ne Alarmklinge? Keine Ahnung. Leuchte immer noch, ne? Ja. Aua. Ja. So. Da oben wird es wieder spaßig. Der hat ein böses Haustier. Hallo. Tschüss. Hallo und tschüss. So, ich springe einfach nach oben. Hi. Und du hast die Waffe draus, ne? Ja, ich dachte... Lebesmüde. Ja. Der Herr Polizist, der wird mir schon sagen, so, wenn ihm was stört. Oh, wow. Ganze zehn Pixel sind drin gewesen und zehn Dinger. Zehn, äh... Wie heißt es? Äh, Marshrooms. Es hört sich so an, wie du dich meistens selbst verletzt. Ja, wenn ich das mache, nö. Hört sich so an. So, es wird schon wieder dunkel, irgendwie. Wir kommen halt direkt durch die Decke. Das bringt selber in seinen Tod. Ja. Oh, wow. Autsch. Ich lebe noch, ne? Hier unten ist eine Tablette. Brauche ich... Brauche ich nicht? Moment. Hey. Mach mal da ein bisschen weg, bitte. Hier? Okay, Moment. Äh, also. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Danke. Wow. Jetzt hier spielt der Superman. Komm, warte. So, komm. Na ja, warte. Ich muss hier auch noch. So, da wieder einer. Hm, da noch mit Tomate. Ich bekomme keinen Fallschaden, deswegen. Na ja. So, dann einmal hier zum Aus. Tschüss. Machen wir schnell gucken, ob ich hier ein paar... Das meinte ich, dem meinte ich vorhin. Moment, ich brauche hier erstmal ein bisschen Licht, bevor ich hier was machen kann. Oh, er hat was getroppt. Es war meine Waffe. Ja, ja, ja. Meine Waffe. So, komm. Ja, die kannst du haben. Die kannst du gerne haben. Mach die. Moment, ich werbe sie dir raus. Inventory, Kuh. Warte, erst mal den Vogel hier. Oh. Also nochmal, Inventory, reinnehmen, Kuh. Bitteschön. Hab nichts bekommen. Doch, müsste schon in deinem Inventar sein. Ach, ist sie wieder bei mir drin. Kuh. Da liegt sie. Oh, wow. Einhand. Oh. Die ist geil. Ich hab sie sogar ausgerüstet. Guck mal, was ich mache. Zeige. Auch schnell. Ja, Einhand sind halt immer ein bisschen schneller als zwei. So, hier einmal runter. Machen wir hier auch noch eine Fackel hin. Das ist nicht wissen, ne? Oh, bist du gestorben? Weil du hier in die Stacheln reingesprungen bist, ohne zu schauen. Genau. So, dahinter ist aber direkt eine Küste. War was Schlaues drin? Hm, nee. Oh, eine Tablette. Wieder Heilung. So, da ist das nächste Pilz drauf. Vielleicht ist das das, wo ich gestorben bin. Sieht nicht so aus. Ich mache hier wieder ein paar Überzeichen, damit man sieht, wir waren hier. Wie er sich halt wieder richtig Freunde macht. Hallo. So, hier einmal rein. Ich glaube, hier bin ich runtergeflogen, oder? Nee, sieht nicht so aus. Okay, nee, da wäre ich auch oben rum. Aber hier ist doch cool, oder? Ja. Kohle! So, könnt ihr mal ein bisschen leiser machen, während ich hier abbaue. So, der Planet ist echt riesig, also. Ja. Wenn wir noch nicht mal links herum sein, sind. Das sieht so aus, wie du hier noch nicht durch warst. Okay, es war halt irgend so ein Dach, von dem ich runtergesprungen bin. Äh, das ist auch gleich. Guck mal. Hehehe. Ich hab' mich schill. Ich bin schillt. So, es wird wieder Morgen. Ja, es ist noch mal ein Keter. Noch ein Keter. Ja, dann nehme ich den auch noch mit. Loll, ich pflüge so ein Tuch und Poms ist. Wunderbar. Oh, das sieht nach mir aus. Okay, dann sind wir einmal drum rum. Hier runter. Nee, aber das ist meine Konstruktion hier. An die erinnere ich mich noch. Da hat mich mal gedacht, komm mal zu mir. Was ist da unten? Ja. Komm einfach mal zu mir. Okay. Hier in die Nische rein. Ja, Moment. So. So, und los. Aber wo wünsche ich jetzt wieder? Wir sterben doch nur wieder. So, jetzt sind wir schon mal in der Höhle. Aber keine Ahnung wo. Muss ich mal gucken, ob ich hier ein paar Trotsches bauen kann. Weil, nee. Borges fehlt mir Kohle. Ich habe die ganze Kohle oben. Ja, wunderbar. Ja gut, dann gehen wir mal hier runter. Am besten. Ja, dann graben wir von hier aus wieder runter. Bereit? Oh, dann gehen wir wieder runter. Oh. 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 Und der anderen Seite auch noch. Oh. 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 Okay. Hi. Und tschüss. Hi. Und tschüss. Auaauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau ich weiß wie, guck mal auf deine, äh, guck mal auf deine Fackel ja deine Fackel ist aus deine Fackel ist an ja, wäre cool das ist an ja, hier rechts, das scheint da was, ne also gehen wir hier auch runter mhm, Gold Vorsicht äh ich lebe noch ganz knapp ja, bei mir auch ey, guck da oben was könnte das sein? äh, Silber oder Platin, oder? ja, könnte es sein aber, hey, guck mal hier drüben ja, da drüben ist irgendein Dungeon wieder äh, nee hier drüben sind hahaha Alter, das sieht geil aus, guck mal ja, ach, ein Apex Center ja, sag ich hier Dungeon ja, aber äh, so geil, da haben die Affen wieder Alter, ich schlief da ich bin gerade am tanken gewesen aber okay oh und das ist die Kiste wieder, oder? da hast du eine Pflanze hier wieder so ein geiler Operationsmonitor kann man an denen ja, die Lampen kann man mitnehmen und den Computer hier kann man ein- und ausschalten boop, boop boop den hier auch mal gucken oh, oh ah, da geht's ja schon wieder klasse weiter ich lass das dich erstmal vor haha, willst du wirklich nicht runterkommen, Fels? doch, jetzt schon doch, jetzt schon oh, Gold ja, nicht nur Gold, ne da unten sind zwei Kisten ouch wo? hier unten oh, aber jetzt sind wir im Gravel drin ja hier ist ein Handschuss ah oh ne musstest du den oh ja, woher soll ich wissen, dass es Gift ist? das ist ein Gold ja du musst nur wegschlagen das schnapp ich mir all dich lieber mal schnell da ist ja schon vorbei viele Bandages hast du noch? ähm nicht mehr ganz so viele brauchst du welche? ne, ne, ne da ne, ich hab schon noch also, ja, ich brauch nicht unbedingt, dankeschön wieso? ich hab 350 Stück so, hier wieder dieser komische Sand gedöhnt warum? er schafft es mal wieder die komplette oh, da drüben ist nochmal ein Laboratorium ouch 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 du kannst auch wegnehmen die 7? die 7 ist gerade weg so so, Kaffeemaschine gehört mir er hat gleich sich alles so, genau ach mich, ich will doch gar nicht das hier machen ich will doch vorsicht, da drüben gehts runter, ne ja ja und also auch wieder so eine Spitze hier so eine fiese ok warte mal kurz na, ich baue noch ein paar Torches da drüben ist nochmal und wie, die kannst du mit ich kann doch zerschlagen ach, die kann man mit dem hier auch zerschlagen ok, wusste ich nicht ooooo au 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 und das du auch immer so gierig sein musst ich oh, da unten gehts schon weiter sag ich doch so natürlich komm ich dann drüben ran eine Torches eine Torch habe ich dabei eine eine verfügte Torch und ich hab hey, guck mal was ich hier habe oh Gott, ey Wann in den Kisten so, ich mach dir mal hier ein bisschen Licht damit du siehst besser und ja was ist es? Platinohr doch nicht genau so wenig dann können wir schon ja fast unsere zweite Rüstung anfangen, ne äh 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 Moment ich hab mir die Nachricht geschrieben und das ist deine WhatsApp Nachricht die Nachricht die Nachricht oder was ja nicht mehr ne ne sie hat mir die Nachricht gerade eben achso äh, halte ich mal kurz bitte oh nicht töten so dann gehen wir weiter rum so dann gehen wir weiter rum dann, ne achst du nochmal ich stelle schon, wir werden einfach nur sterben hier drüben leuchtet es schon wieder oh 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 oh, das sieht nach Affenlaboratorium aus ja, ist nochmal einer von denen oh das ist ne Kiste oh äh ja, wunderbar ich guck hier gerade, ne ne ein zweiter Einhänder mit Gift oh scheiße nein äh er ja ich bin er guck so gehen wir mal nach unten da ist auch nochmal so ein Affen der ist ja was ist denn das für ne geile Waffe ok zwei Einhänder ja dann schicke ich dich ab sofort jetzt los oh doch unten gibt es auch nochmal ein bisschen was Schönes ich will zuerst zu denen ran die Pflanzen nehmen wir einfach nicht, ne jep und das Silberohr naja das geht oh leuchten Sektor 7 wieder mit einer Tablette ach dann kriege ich auch noch ein Bit, das ist schön oh ne her komm du Töd ist doch eh fit irgendwie raus aber großmutter warum hast du in so viel leben verloren und da schon wieder der nächste so da oben ist noch einer da oben ist wieder einer von den wieder so ein affenlabor oder ja und eine von den großen kisten in 20 hallo ist noch was ich weiß aber nicht was drin war outpost cargo grade mining chest fester ground 3 bed es schon kam ich guck gerade mal und mir geht langsam eine waffe mit 113 damage per swing aber ohne langsam mir geht langsam der platz aus und ist mir ein paar bisschen überschieben ich habe hier noch ein fast leeren inventar über was du nicht brauchst so betten und so erwarte erstreckt dass ich wieder so ja ich tue ja auch noch ein bisschen so sagen wir noch mal ein bisschen runter gehen ja warte kurz nur kein platz mehr hast du kannst du ruhig okay ich mache wieder es gucken okay gut warte kurz doch ganz mal runter graben ich so runter graben ja nur weil du wieder harakiri hier machen möchtest so guck da guck da was nicht gute idee gewesen das war eine total dämliche idee so gott ja es wird immer besser da oben ist auch noch mal ein gold gold erz warte ich mache das schnell machst du das und da drüben gibt es auch noch aua ja eben so einmal oder unten ist dein freund komm du hast doch die tolle waffe jetzt gell noch so ein affen ja habe ich gerade gemerkt aua wer baut denn da stacheln denn das ist noch mal eine kiste wo ach da unten sind die kisten ok nehme ich die auch noch mit nimm die lampen mit weil sie sehen echt schick aus ja das stimmt so da geht es auch wieder rüber das sind auch wieder so ein paar boden stacheln und da unten leuchtet schon wieder das ist auch noch eine große kiste das war schönes drin na toll ich lauf halt schön wir kommen in die gift schicht was heißt eine gift schicht ja guck mal den violetten boden das ist eine gift schicht ist der insgesamt giftig oder was nein es gibt wasser hier wo grün ist ach so das meinst du ja diamanten ganz schön ganz schön diamanten wir sind in der knochenschicht so besser gesagt deswegen giftige schicht ja und deine freunde so ich gucke noch mal in den in die küste da drüben rein nehm mal noch mal ein bisschen ich jetzt echt nicht so lange rein tun sollen so sauer heiß oder was nein schon hart ja nudeln oder was hm knüterbruch achso na gut tut man sowieso nie große lange rein Ich bin gerade unter Wasser und sehe nur das da. Ist das viele Heisen da oben? Oh, die hat sogar einen PC für dich. Knochen müssen wir auch abbauen, das brauchen wir auch später für den Boss, den Drachen da zu welchen, oder? Aber ich denke wir gehen von hier gleich runter, weil da ist sowieso nichts in den Kisten. Ja, denke ich auch nichts. So, gucken wir mal runter, ich mach mal wieder ein bisschen abbauen. Warte kurz, da ist noch ein Ding gewesen. Ja, wie ich es richtig geahnt habe. Platinort. Sollen wir die mitnehmen da oben, oder? Habe ich schon mitgenommen. Okay, dann geh beide runter. Verdammt schnell. Oh. Oh, 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 oh. Was machst du jetzt? Bisschen heller, weil das der Radius ausgefüllt da ist. Ach so. Deswegen, nur gucken noch hier, was ist. Öl. Oh, oh. Oh, oh. Ne, nein, das ist Öl. Öl brauchen wir ja. Öl. Ja, das ist Öl. Das können wir pflücken. Cool. Öl brauchen wir ja für gewisse Automatisierungen und so. Ja, ich kann es gar nicht mehr einsammeln. Kann es gar nicht mehr einsammeln. Aber nimm sie hier mit von mir. Komm schon. Dann schmeiß mal was rüber. 88 Höhle. Warte, ich gucke mal, ob ich irgendwas überhaupt... Oh, nee, ich kann ein bisschen was lernen. Ja, eben. Das mache ich dann nochmal. Einmal das hier lernen. Einmal das hier lernen. Ich habe von den Pilzvölkern habe ich nämlich richtig viel... Okay, dann schmeißen wir das weg. Ja, nee, zerstör es doch einfach. Ja, nee, falls du das auch lernen möchtest. Ja, ich ist... Das habe ich schon. Habe ich schon zweimal zerstört. Dann hätte ich hier so einen Stand, habe ich außersehnlich mitgenommen, das zerstören wir. Zerstören wir. Was haben wir noch? Fackeln. Zerstören. Ähm, Outpost Large Door. Nee, will ich noch haben, vielleicht den Computer wegschmeißen. Outpost Short Cargo Crate. Outpost 16 Items, 24 Items, ein großes. Schmeißen wir weg. Zerstörst du doch einfach. Ja, ja, ich zerstörs ja gerade. Mache ich gerade. So, Tier werfen wir weg. Kaffeemaschine, werfen wir weg. Äh, Kaffeemaschine, die habe ich auch, äh, weggeworfen. Ja, die Pflanzen weg. Der Glasblock weg. Hifestone weg. Hifestone weg. Seil weg. Wasser. Wofür brauche ich Wasser? Wasser brauchst du, wenn du was, äh, zum Beispiel auch ein Erntefeld machen willst, verstehst du? Ja. Naja. Ist Wasser gar nicht schlecht, aber... Mushroomblock, weg damit. Dirtblock? Immer behalten, dort, weil, äh, dort kann dir das Leben retten. Ja, aber ich habe oben 172 noch drin. Okay, hast ein Tausender Steck schon. Naja. Ah, okay, dann... Wettstürz, Mats, das kann man alles wegschmeißen. Wir kommen ja eh in so viele Schiffe rein. Ich habe hier eine... Ne, 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 ne. Wie sagt man? Heiße Schnecke? Ne, ne, ne. Ich habe hier... Ah, ha, ha, ha. Ne, ne, ruhe, wo man gar nicht sieht. Ruhe? Guck mal genau. Ist hier ne Ruhe? Die Ruhe. Ruhe da unten. Oh, cool. Hahaha. Sieht genial aus, ne? Da oben ist nochmal eine. So, ich mache mal nochmal hier ein bisschen... Ach, da ist wieder einer von deinen Freunden. Der Bau weg. Und hier hat es richtig viel Öl. Ja, baut das Ding weg, wo die Kiste ist. Hä? Das Zeugs hier unten mir. Kann ich nicht mehr zerstören. Ja. Oh, Leute. Hier sind blaue Jeans drin. Oh, ich bin gerade ins Öl. Oh, guck mal, ich kann das gesamte Öl abbauen. Ja klar, ich habe ja gesagt, Öl kann man abbauen. Ja, ja, aber ich tue den gesamten See hier gerade abbauen. Ja, klar. Na, guck mal, gerade noch am Ertrinken. So. Und jetzt alles schon im Invent. Ich sehe das andere, das was du nicht siehst. Oder? Das ist... Ja, das waren Knochen. Eigentlich nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber okay. Oh, Leute, guck mal, die grünen Stinger an hier. Was für grüne Stinger? Ja, ja. Gut, das ist wahr von meiner Waffe. Ja, dann gehen wir hier wieder runter, ne? Ja. Oh! Gott. Ich habe keine Fackeln mehr. Ja, ich habe noch ein paar. So. Die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Ja, mir macht dir auch Angst, irgendwie. Oh! Was ist denn das? Keine Ahnung, sehen wir gleich. Äh. Cool. Ist nur Kohle. Hat so komisch ausgesehen. Toll, und ich habe mich so gefreut. Ich pizzele alles weg. Oh, nee. Jawohl, dein Freund wieder. Hau ihn weg, für mich. Hab ich ihn schon. Hab schon. So. Ähm. So, dann können wir, glaube ich, wieder nach unten, oder? Jo. Dann. Oh, da ist... Sektor 7. Ja, Sektor 7 wieder. Oh, pass auf, da gibt's wieder... Warte kurz. So. Kannst abbauen. Was ist denn? Was anderes da drüben. Bis... Äh, mischt, jetzt habe ich... Ich will doch... Oh, ich will abbauen. Guck mal, ich habe Gummi-Effekt. Oh, du hast halt Gummi-Effekt. Alter. Da ist noch ein Tablette. Ah, ich wette schon, wenn ich wieder dran bin, dann ist es wieder nur Gift. Was war das, bitte? Ich habe keinen Effekt irgendwie bekommen. Ich habe ein bisschen Leben abgezogen bekommen. Ja, ich auch. Okay, gehen wir nach unten, oder? Warte kurz, ich will hier das Wasser wegpflücken, ein bisschen. Hm, ich helfe dir ein bisschen. Weil sonst, äh, saufen ist nicht so ganz prickelnd. Lol. Äh, Fisch sieht aus wie ein Torpedo. Naja. So, wir haben es eigentlich wieder, oder? Ich nehme mal das Wasser auch in unserem Schacht so ein bisschen raus. Ich glaube, dann kann ich es langsam mal auch hier in meinem Inventar mal wegschmeißen. Ja, 214 Wasser. Ciao. Aber es geht echt ewig nach unten hier. Oh Gott. Das finde ich cool, dass es langsam dann auch ansteigt dazwischen. Äh, komm mal hier rüber. Ja, au, 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 komm mal rüber. Okay. Oh, ne Fest. Oh, ne Gift. Oh, ne Gifte, perfekte Arzt. Na wunderbar. so was muss er alles entdeckt wenn man einfach mal ein bisschen das licht anschaltet so kommt einfach runter meine kleinen jungs kommt zu papa das war knapp okay gleich mal ein bisschen rein pfeifen ja wartest du hier jetzt noch andere sachen diese punkt lampen ja dann nehme ich doch gleich noch ein bisschen das viel zu haben geradeaus runter kannst du dich hinlegen auf dem bett ja und haltig auch wenn es so lange geht die bettas in cool so dann hier weiter nach unten oder 900 pixel mining chest und ja so immer wieder licht ich sehe schon was kommt sektor 7 das klingt echt eklig so da gibt es auch noch ein bisschen ich mache weiter licht ja ich sehe schon was da kommt dein freund wieder unten wird er macht ja nichts er macht ja nichts okay aber ich werde sein großer bruder steht da drüben irgendwo steht nicht dran hier unten wahrscheinlich habe keine fackeln deswegen ja ja was einfach ich mache es mir nicht so schwer stein ich gehe lieber auf der erde durch darfst du es ja klar hey was denkst du von mir so da oben ist nichts da unten geht es ziemlich böse runter alles heißen ich glaube Eisen haben wir nachher genug ja ja können wir echt gut gebrochen auch ich gehe hier leicht rüber ah guck da unten was ist da der leuchtet schon wieder ja da ist dein freund was ist da der leuchtet schon wieder wieder schön so weiter nach unten jetzt soll es mal gucken da gibt es einen gang hier ja ja da ist doch wasser oder das ist öl aber egal unter dir ist platinohr unter dir ja ich helfe dir nur dass du nicht ertrink oh ich habe noch genügend sauerstoff ich weiß es nicht okay äh vier unter mir ist platinohr stimmt ja also ich kann mir nur vorstellen dass es platinohr ist ja das war ein einziges prickele haha ein einziges ja warte ich komme wir gehen gleich wieder weiter runter okay jetzt geht das ich bin so feucht guck da blieben ist ja aber ganz wenig oder na ja so was haben wir da noch war wieder öl da oh ich sehe etwas schönes leuchten diamanten jawoll beim öl abzapfen so einmal kurz luft nehmen so da läuft schon ab das öl du kannst es nicht entzünden ne ja das wäre komm wir bauen eine fackel direkt ins öl oder ans öl schon allein die dämpfe werden halt so derbe also ich bin so langsam oh ich muss fackeln mal wieder bauen moment hast du hast du noch holz äh ich hatte noch ein bisschen aber ich bräuchte noch wenn du mir noch ja ich bastel guck mal ob ich mir woodplanks mache ok ich kann mir noch welche machen oh jetzt habe ich hier neben durch geworben ins öl diese suchen da im öl wo hier ja 66 stück habe ich dir dazu geworben ich müsste schon haben so hoch es wurde dunkel normales wasser das öl abzuwaschen da unten ist ja auch wieder einer von deine freunde so gucken wir mal da können wir auch wieder öl ich glaube das ist nur durchgetropft oh sehr schön bandages was bandages und guck mal hier drüben komm mal zu mir rüber naja endlich mal was schlaues mit kisten oh ich habe torches sogar gefunden ja wunderbar noch mehr zu müllen blödes menschen ouch so ich mache dir schon licht hier bitte da ist auch noch licht was war da ach da ist ein stachel wieder so lange ich die zwei halte ne siehst du im voraus was noch kommen ouch 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 du solltest dich vielleicht mal ein bisschen heilen oder ja ja schon bandages davor vor lalalalalalalala oh da ist wieder so ein boah na dann gehen wir mal wieder geradeaus runter ne ja das war jetzt nicht so schlau naja das war das war zum glück so wie halt unser gesamtes teil möchtest du nicht ein bisschen daneben machen so mal schauen wir mal der ganze raum läuft hier halt eben wunderbar voll boah warte mal kurz so drüben wärs eh nicht weiter gegangen ok pflück mich weiter runter so ok also langsam geht es schwer voran aber das ist ne gutes Zeichen jetzt kommen wir langsam in die Schicht oh lava jetzt kommen wir in die Schicht wo alles gefährlich kann sein oh 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 aber da drüben entdecke ich schon ein paar nette Sachen ja die ich abbauen will ja weiß was diese Ohren äh Full Ohren sowas saubermassen wir sind hier eigentlich nur kurz auf dem Planeten Wom the hell ich hab einmal so eine Knopflaterne gewendet guck mal wie hell die ist ja ja ich seh es ja ich geh mal hier links ne ja ich geh mal hier links ne mal viel what the fuck hier ist ein Zelt haha hm hier ist ein Zelt ok ja und so ist es beleuchtet ne lol lol Favors an der Decke oder was sind das? Ach so, das sind nicht Favors, das sind, wie sagt man, äh... Autsch. Hast du noch Wasser im Inventar? Ein bisschen. Wahrscheinlich, wieso? Ach gut, nee, dann... Weil hier gerade so viel Wasser ist, deswegen... Ja, nee, ich habe ja da Wasser runtergeleitet, aus diesem See. Aua! Ein Schaden. Wenn ich gerade sofort runterknalle, weil da unten kann es zu 100% laufen sein. Deswegen will ich hier... Da drüben kommt irgendein Leuchten rüber, oder? Ach nee. Ja, das ist Lava da unten, siehst du hier. Ja. Wartung, da sind überall so Spitzen. Martin. Was? Ich habe doch Wasser hier nun. Ja, oder? Ja. Also Notbau, schalte ich hier ein bisschen was ab. So, jetzt müssen wir... Nun, glaube ich, runter. Na, aua. Ah, da ist eine Spitze, danke. Ja, das muss ich nicht. Aber das ist... Ja, ich habe fünfmal gebraucht, bis ich... Ja. Guck mal das Lava an. Auf was das... Das kann man abpflanzen, ne? Ja. Finde ich total cool. Und das Lava, was hier ist, ne? Das... Durchs Wasser durch... Also durch... Geht vom Wasser gleich, äh... Wird's... Ein Ding hier. Ja, das haben... Das wissen wir ja aus Minecraft. Ja, ja. Aber... Das ist nicht immer so, ne? Ist das nicht. In der Hölle ist das jetzt zum Beispiel nichts. Ich sehe Rubin-Erz da unten. Rubinium. Ah! Ah! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich brenne, ich brenne. Oh, leil. Ich sehe nicht. Ich esse nicht. Hier! Da sind nur Hopper drin. Hm. Wasser. Wasser triebe. Wasser, aber nichts passiert. Ein Ding flammes. Was ist das? Tabletten? Rage. Das ist ein bisschen viel, wie du das machst. Hmmm... ... 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 Oh mein Gott, war das gerade hart. So, mein Inventar ist auch wieder voll. Ja, mein Inventar füllt sich auch langsam. Ich habe 2150 Öl. Maschrumblock weg, Bombe weg, hier die Crate weg, Diamanten weg. Ja, Diamanten weg. Ja, Plastikblume können wir weg machen. Mud kann ich weg machen, Gravel kann ich weg machen. Wir müssen mal einen Sandplanet suchen. Trockener Sand, Teal. So, du brauchst auch schon wieder ab. Ich brauch noch unten. Oh, das geht so schnell, weißt du. Ja, so weit unten, wie wir jetzt eben auch schon sind. Warte, ich helfe mit ein bisschen. Was kommt eigentlich unterhalb von so Lava? Äh, keine Ahnung. Noch nicht so weit runter. Also noch weiter runter. Meistens können Kästen versteckt sein unter der Lava oder sonstiges. So, habe ich jetzt wirklich Lava bei mir drin? Ah doch, ich habe Lava drin. Cool. Aua! Ja, das ist... Wir können auch einfach mal hier so ganz vorsichtig nach unten. Da rüber. Worüber? Hier? Ah. Da versteckt sich hundertprozentig was. Guck! Da hat sich was versteckt. Ja, das kannst du gerne haben. So, ich mache meine Treppe mal weg. Oh, das sieht da unten halt nach einem riesengroßen... Jawoll, ein Lavasee. Wo unten? Oh, oh! Da, genau! Komm raus! Scheiße! Okay, dann sterbe ich jetzt auch, oder? Ja, viel Spaß beim Baden. Ja, ich habe leider kein Wasser mehr mit dabei. Ja, ich habe auch kein Wasser dabei gehabt. So, aber ich habe... Ich porte mich aber gleich zum Testsmarkt. Oder du kannst auch zu mir dich beporten. Ich porte mich gleich zum Markt. Der will ja die Quest abschließen. Warte, ich möchte einmal sehen, was hier unten noch kommt. Ah, er leuchtet sogar. Oh! Jetzt wäre ich gerade eben schier, nachdem wir die Items ausgegangen sind. Trisend. Oh, und Buck Hunter! Yay! Und da hat gleich wieder jemand eine Quest. Ja, genau. Das ist es ja. Haben wir ja gesagt. Wooden Plattform. Ich brauche irgendwas anderes. Irgendwas Sandiges. Ich muss einen Kaffee machen. Hast du Kaffee? Haben wir auf dem Schiff? Habe drei. Okay. Dann komme ich mal zurück. Kann ich mich nicht hier auch zu dir porten? Nee. Scheiße. Okay, dann muss ich auch sterben. Gut. Ja, ich will aber eigentlich noch mich hier ein bisschen umschauen eigentlich. Wooden Planks. Ich habe... Scheiße, ich habe echt vorher alles wegschmissen. Kaffee sieht. Geronimo! Oh, ja. Nee, da unten stirbt man komplett. Ja, ja. Ich glaube, wir waren direkt am Kern des Planeten. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Du musst die Quest bei ihm abgeben. Er gibt dir das Metal Crafting Table. Da musst du zu einer rüber. Die braucht einen Kaffee. Und die hat dann gleich nochmal eine Aufgabe für dich. Okay. Dann... Ein Glas Muck. Also ich... Irgendwie Muck. Glas of Muck irgendwas. Okay. Ich gehe auf jeden Fall mal hier hin. So. Der war irgendwo hier. Ja, genau. Der ist so. Den musst du ansprechen. Dann bekommst du ja den... Ja. Den... den Iron Crafting Table. Perfekt. Den wollte ich ja schon immer haben. So. Ich will... Das ist die verbesserte Version vom normalen Crafting Table. Jetzt kommst du... Jetzt musst du mal links gehen. Hier. Wo bist du? Links? Oh ja, ich komm links. Komm mal zu... Zu mir nochmal. Mhm. Jetzt hat sie... Hat sie ein Ausrufezeichen, ne? Ja, sie hat auch eine Quest. Okay, nehmen wir an. Dann musst du zum Kaffee. Ich habe hier noch einen Kaffee gemacht. Ach, hast du zwei? Ja, ja. Ich habe zwei gemacht. Oh, dankeschön. Okay, perfekt. Accept. Okay, sie hat noch eine Quest. Ja, eben. Glas Muck out of heated sand. Ja, das verstehe ich nicht so ganz. Okay, äh, googeln wir. Ein Glas M-U-G. Ein Glas M-U-G. Und was? Ach, Doppel S. Search. Okay, Kaffee... Glas Kaffee Muck. Okay, also... Ähm... Ich sehe... Glas Kaffee Muck, ne? Ja. Das verstehst du eher mit einem Glasblock. Mit zwei Glasblöcken. Ja, genau. Also landet man automatisch. Müssen wir da aufs Schiff zurück, oder wo heißt das? Zum... Wie heißt das? Zum... Iron Crafting Table da drüben. So. Dann hat sie gleich nochmal eine Quest. Und dann gibt sie uns ein... Was? Spring... Ehm... Stringing Spawn. Was ist ein Stringing Spawn for me? Okay. Na, ich komme gerade mal zurück. Äh, sie gibt uns dann ein... Ja, ein Chip. Ein Speicherchip. Okay. Perfekt. Ähm... Ähm... Äh... Steal and forge a Steering Spawn for me. Ja, das verstehe ich nicht so ganz. Dann gehen wir mal wieder zu dem... Gucken wir mal, ob es den Steering Spawn... Also Spawn ist ein Löffel. Ein Löffel? Ja. Die will... Okay, den habe ich allerdings noch nicht drin. Dann gucke ich mal, wo es den gibt. Ähm... Aber der Name von der Quest ist auch geil. Ja. Geschüttelt nicht gerührt. Ja, ja. Stirt not shaken. Also gerührt, nicht geschüttelt. Äh... Stirt not shaken. So, also ich bin in der Quest drin. Äh... Beschreibung. Äh... Äh... Du meinst ein... Was für ein Metalwork? Ja, äh... Das ist diese... Ähm... Wie heißt... Haben wir die noch nicht? Metalworkstation? Ich weiß es nicht. Moment, ich gucke mal. Ich baue auf jeden Fall erst mal meinen... Äh... Iron Anvil. So, gucken wir mal. Ne, der hat keinen Spawn. Kann ich die noch nicht bauen? Banner Powder... Workstation? Oder gibt's die, wenn... Ähm... Wenn ich die... Ähm... Neue, verbesserte Version aufgebaut hab? Moment. Probiere ich grad mal aus. Ich baue mal meinen neuen Crafting Table. Iron Crafting Table musst du hinstellen. Ja, ja. Ich stell ihn grad... Ja, ich guck grad... Stell ihn hier oben hin. Hier oben. Ne, geht auch nicht. Geht auch nicht. Ich such grad irgendwo eine Position, wo ich ihn hinkriege. Zum Beispiel hier. Ist das so? So... Guck mal, wir können... Bone Block... Wir können... Wooden Fence... Äh... Okay. Spoon... Geht noch nicht. Aber... Metal... Metal... Metal Workstation. Okay. Gibt's. Das ist doch verbesserte Ambus. Und dafür brauchen wir 20 Steel Bar. Ich hole sie mir mal kurz raus. Kannst du Steel Bars haben? Ja. Ich brauche... Wie machst du Steel Bars? Ja, das ist... Stahlbarren. Ja, aber wie machst du Steel Bars? Wie... Wie willst du die machen? Äh... Steel Bars... Moment. Gucke ich grad kurz nach. Normalerweise muss man die ja auch hier... Moment... Äh... Steel Bar... Muss man schmelzen. Und nicht äh... Forschen. Ja, ja. Ich hab grad geguckt, aber die krieg ich auch nicht. Moment. Nochmal. Also... Hier brauchen wir einen... Warte, das kann ich dir gleich sagen. Der heißt... Glaube... Metal... Äh... Metal Walker brauchst du Steel Bars. Aber... Ich weiß nicht, wann wurde man die... Bekommt. Okay. Ich guck mal grad. Äh... Steel Bar. Vielleicht sollten wir auch mal die Folge unterbrechen, aber ich würde sie nachher probieren, vielleicht zum Schneiden. Ja. Kann man machen. Ähm... Okay. Steel Bar is a crafting material fine from Iron Bar and Oil. Hm? Ähm... Also wir brauchen Öl und eine Iron Bar. Äh... Iron Bar? Öl hab ich in... Äh... Ich guck grad. Ach, wir brauchen eine Aloe Firnens. Und die macht man wie? Ich guck grad. Äh... 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 Kann ich die bauen? Äh... Ich brauche ein Glas und äh... 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 war unsere folge hier verrückt im öl wir triefen immer noch vor öl also er zumindest mal er trieft richtig hier ja dann danke ich dir vielmals fürs zuschauen wir sehen uns morgen bei einer neuen folge hier bei starbound genau so hieß das spiel und es ist ja so ein cockblocker spiel oder geworden in der beta ging es so schnell durch und jetzt überall quest zum erledigen aber wir sehen dann morgen wie es weitergeht ich danke fürs zuschauen bis morgen